Wenn man Glück hat, dann kann man bei einem Spaziergang den Sieberdamm entlang einen Graureiher am Ufer des Flusses sehen. Allerdings flüchtet er immer, wenn ich versuche, ihm näher zu kommen. Heute habe ich mal ein bisschen Glück gehabt. Der Graureiher war wieder da. Ich konnte ihn von der Brücke am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium aus erspähen, aber die Fluchtdistanz ist zu groß für eine ganz simple Aufnahme mit dem Handy. Ich freue mich aber auf jeden Fall immer, wenn ich so ein schönes Tier direkt hier in dem Naturschutzgebiet am Ufer der Sieber erblicken kann. Den Channel abonnieren natürlich nicht vergessen. Es wird im Augenblick gerade ein ganz klein bisschen ruhiger um den Channel, weil ich relativ viel Verwaltungszeug zu erledigen habe und auch unterwegs bin. Nicht verzagen, immer mal wieder reinschauen. Am besten die Glocke aktivieren, dann ist man immer auf dem Laufenden. Wenn ich mal wieder einen neuen Action-Tatsachenbericht aus der sonnigen Südharz-Metropole und Esperanto-Urbo Herzberg am Harz produziert habe.